hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin ramona und das ist mein kanal bin stempeln heute wieder mit einem extra video denn ich hatte in meinem letzten video vergessen so einige sachen dir zu erzählen und ja deshalb dieses extra video und wie du sehen kannst geht es heute um den mini katalog der im moment noch gültig ist aber auch der neigt sich langsam dem ende das heißt dass in der zeit vom ersten juni ab 0 uhr bis zum 30 juni die letzte chance besteht dass du dir die auslaufprodukte sichern kannst und hier gibt es wieder viele artikel die bis zu 50 prozent reduziert sind also der optimale zeitpunkt also um noch mal zuzuschlagen während der aktion gilt nur solange der vorrat reicht das bedeutet dass nicht garantiert werden kann dass alle produkte auch noch erhältlich sind da sich sehr schnell vergriffen sein könnten ich möchte dich auch schon vorab bitten wenn du etwas bestellen möchtest über den offiziellen online shop von stamping abzumachen da du dort die größten chancen hast auch alle gewünschten artikel zu bekommen im online shop kannst du dort dann mit paypal oder kreditkarte bezahlen wenn du diese zahlungsoptionen nicht möchtest kannst du natürlich auch über mich bestellen hier muss ich aber sagen dass du vorab also vor dem ersten juni das geld an mich überweisen müsstest auch kann ich nicht garantieren dass ich alle gewünschten artikel für dich bekommen werde da zu dem zeitpunkt eine sehr hohe internetpräsenz sein wird und da es teilweise auch zu systemausfällen kommen kann wenn ich über diesen bestellvorgang für demonstratoren gehen also der kunden online shop ist da wesentlich stabiler und sicherer also wenn möglich bitte über den stamping ab online shop bestellen und natürlich würde ich mich freuen wenn du mich dort als demonstratorin auswählst mich findest du nicht unter dem namen bin stempeln sondern du findest mich unter ramona petersmann aus schriesheim das müsste ich noch ändern das habe ich jetzt erst gesehen dass dann noch mein normal also mein name drin steht also mich findest du unter ramona petersmann aus schriesheim genau auch ist es sinnvoll gerade wenn du über einen wahrenwert von 200 euro kommen solltest mir noch alternativ artikel aufzuschreiben und mitzuschicken damit ich dir auch die shopping vorteile von zehn prozent sichern kann also schreib mir am besten deine bestellwünsche vor dem ersten juni per mail an ramona bin minus stempeln punkt de ich werde jetzt durch den katalog gehen und dir zeigen welche artikel reduziert sind und um wie viel sie reduziert sind und ich zeige auch welche artikel das sortiment verlassen werden und welche in den neuen jahreskatalog übernommen wurden am besten legst du dir einen stift und einen zettel parat dann kannst du dir gleich ein paar notizen machen wenn dir vielleicht ein bestimmter artikel gefällt und am besten schreibst du dir die seitenzahl den namen des artikels und die reduzierung auf dann musst du später nicht mehr lange suchen am ende des videos habe ich ja noch ein paar andere infos für dich ich bände dir jetzt die minutenzahl ein falls sich der ausverkauf nicht so interessieren sollte du aber die anderen infos noch mitbekommen möchtest genau und dann starte ich mal mit den auslaufartikeln und ich beginne auf der seite 9 da findest du die ganze produktreihe herz an herz und das produktpaket grüße mit herz also wo man zehn prozent preis nachlass bekommen hat das geht raus also es bekommt ihr so in der form nicht mehr zum stempel set und stanzform set werde ich gleich noch was sagen auf der nächsten seite dass die bricke form karo muster die wurde übernommen in den neuen jahreskatalog die süßen schachteln werden reduziert auf 50 prozent und kosten dann nur noch sechs euro denn basic straßschmuck bunter schimmer der wurde ebenfalls in den jahreskatalog übernommen das geschenkband in klut rot geht raus mit 30 prozent nachlass kostet dann sechs euro 30 und auch das wunderschöne designer papier herz an herz geht mit 30 prozent preis nachlass raus und kostet dann nur noch 9 euro 80 und das stempel set und stanzformen set findet ihr auf der seite 10 und das stempel set geht ebenfalls raus mit 30 prozent nachlass und die stanzformen die gehen sogar mit 50 prozent nachlass raus dann kostet das stanzform set nur noch 17 euro 50 auf der seite 11 findest du das stempel set grüße voller liebe und das ist um 50 prozent reduziert kostet dann nur noch 13 euro 50 und dazu gab es zu dem produktpaket was ebenfalls raus fällt gab es eine hybrid bräge form die nennt sich florales herz und die fällt ebenso mit 50 prozent draußen kostet ebenfalls 17 euro 50 also wenn man da noch noch irgendwie projekte machen will gerade zum valentinstag zur hochzeit zur verlobung dann ist das ein guter tipp weil hier sind beide artikel zu 50 prozent reduziert also da kann man dann noch mal schnapper machen auf der seite 12 findet ihr diesen tollen kaugummi automat der nennt sich gumball greetings der ist 30 prozent reduziert das produktpaket gumball greetings fällt komplett raus ebenso die deko kügelchen was man hier rein machen konnte die gehen mit zehn prozent raus und die plastikkuppeln die seht ihr hier die geht ebenfalls mit zehn prozent raus die stanzformen dazu die nennen sich kaugummiautomat und die sind sogar um 50 prozent reduziert also kosten die nur noch 17 euro auf der seite 13 findest du das stempel set nuts and bowls das ist ein ganz süßes stempel set mit so kleinen robotern die schrift ist zwar in englisch und wer das mag der kann dann das stempel set mit 30 prozent reduzierung kaufen dann geht es weiter auf der seite 15 dort findest du das produktpaket sacks mit tulpen das produktpaket fällt komplett weg allerdings wird stempel set und stanzform set weiter erhältlich sein im jahreskatalog das produktpaket tulip feels fällt komplett raus also produktpaket fällt weg und der stempel set könnt ihr dann nochmal mit 30 prozent nachlass kaufen das geschenkband mit sprossenfenster optik in lodengrün ist in den neuen jahreskatalog gewandert ebenso die schmetterlinge in matt messing und das wunderhübsche designer papier blühende felder das fand ich auch ganz toll das verlässt uns mit 10 prozent preis nachlass hier findet ihr dann auf der seite 16 nochmal das stempel set dazu und auch die stanzformen und so wie ich halt schon gesagt habe die werden in den jahreskatalog übergehen produktpaket fällt raus auf der seite 17 ist das produktpaket tulip feels das ist weg da ebenso das stempel set tulip feels fällt auch raus ohne rabatt und auch die stanzformen windmühlen fallen raus ebenfalls ohne rabatt auf der seite 18 findest du das produktpaket farbenfrohe freude oje zum brecher genau produktpaket fällt wieder raus ebenso das stempel set farbenfrohe freude ist um 30 prozent reduziert wenn du das lieber wenn du noch mehr sparen möchtest kannst du auch das englische oder französische set kaufen die sind sogar um 50 prozent reduziert also wenn du nicht unbedingt diese sprüche haben willst in deutsch dann kannst du auch auf englisch oder französische gehen das stanzformset farbenfroher regenbogen geht ebenfalls raus ohne rabatt die pailletten funkelschimmer die werden übernommen gehen in den jahreskatalog ebenso wie die handstanze wolke und auf der seite 19 findest du das stempel set friends of the forest geht ebenfalls raus mit 30 prozent hier ist vielleicht anzumerken dass dieses reh mit der handstanze ausgestanzt werden kann die wird ja übernommen im jahreskatalog genau und wenn du vielleicht die handstanze hast kannst du dir vielleicht oder wenn dir dann das stempel set dazu gefällt passt es wunderbar zu der handstanze dazu genau auf der seite 20 findest du das produktpaket flutter käfer das fällt wieder raus das stempel set und die elementstanze marienkäfer die wurden in den jahreskatalog übernommen und bleiben auf der seite 21 findest du das stempel set white flower pass oder pass weiß nicht das wird ebenfalls übernommen geht im jahreskatalog dann geht es weiter auf der seite 23 dort findest du das produktpaket glückskranich produktpaket fliegt raus stempel set und stanzform sind jeweils um zehn prozent reduziert schimmerndes satirbad in celadon ist im neuen jahreskatalog zu finden die runden akzente in milchglasoptik fallen weg und werden zehn prozent reduziert das spezialpapier in perlmutt ist um 30 prozent reduziert und kostet dann fünf euro sieben und das designerpapier glückssymbol ist ebenfalls um 30 prozent reduziert und kostet dann zwölf euro sechzig auf der seite 24 findest du das produktpaket glückskranich das fliegt ebenfalls aus dem sortiment auch das stempel set das geht mit zehn prozent raus wer das lieber im englischen haben möchte kann sogar 30 prozent sparen und die stanzform vogel des glücks werden ebenfalls mit zehn prozent reduziert auf der seite 25 findest du das produktpaket paradise palms das geht raus also diese zehn prozent kannst du dir nicht mehr sichern und das stempel set und die stanzform sind aber weiter erhältlich aber einzeln genau dann auf der seite 26 findest du das produktpaket blüten und zweige das fällt wieder raus ebenso das stempel set blüten und zweige verlässt uns mit 30 prozent rabatt und die stanze zweige also die kann man hier oben sehen die wird übernommen und geht in den jahreskatalog auf der seite 27 ist dann das stempel set ostergröße also gerade wenn du vielleicht noch was brauchst zu ostern für nächstes jahr oder so für dieses jahr ist ja schon zu spät ist auch ein ganz tolles stempel set das ist reduziert im deutschen auf zehn prozent wenn du nicht so die sprüche benötigst kann ich nur empfehlen das englische set zu nehmen das ist dann um 50 prozent reduziert auf der seite 28 ist dann das produktpaket garden greenhouse auch ein sehr tolles produktpaket das fällt wieder weg mit den zehn prozent das stempel set geht raus mit 30 prozent das nennt sich garten greenhouse und die stanzformen sind sogar mit 50 prozent reduziert und kosten dann 20 euro 50 und die heißen gewächshaus dann geht es weiter auf der seite 30 da ist das produktpaket flowering rain boots das geht wieder raus und das stempel set geht ebenfalls raus mit zehn prozent das nennt sich flowering rain boots also genauso wie das produktpaket und die stanzformen regenstiefel verlassen das sortiment mit 30 prozent und kosten dann 27 euro 30 auf der seite 31 ist dann das stempel set kite delight ist ein englisches stempel set und das geht ebenfalls raus mit 30 prozent auf der seite 33 findest du das produktpaket kunstvolle lagen das geht wieder raus als produktpaket stempel set und stanzformen gehen ebenfalls raus mit einem preis nach last von jeweils zehn prozent das fransen band bleibt und wird in den jahreskatalog übernommen genauso wie die akzente in metallik glas optik und auch das pergament papier für lagendesigns das geht auch im jahreskatalog das designerpapier verlässt uns und kostet dann statt 14 euro 9 euro 80 also um 30 prozent reduziert auf der seite 34 ist das produktpaket kunstvolle lagen das verlässt uns wieder ebenso das stempel set das wird um zehn prozent reduziert wer die sprüche wieder nicht mag oder so kann das auch im französischen oder im englischen kaufen da ist es dann um 30 prozent reduziert und die stanzformen tropische lagen sind um zehn prozent reduziert und fallen ebenfalls aus dem sortiment auf der seite 35 findest du das produktpaket dahlia days fällt raus ebenso das stempel set dahlia days fällt ebenfalls raus um 50 prozent reduziert kostet dann statt 28 euro 14 euro und die stanzformen dalien sind ebenfalls um 50 prozent reduziert und kosten dann 23 euro 50 also auch hier in super schnapper wer zum beispiel dalien mag sind beide teile um 50 prozent reduziert auf der seite 36 findest du dann das stempel set flowing flowers ist wieder ein englischer stempel set also mit englischen sprüchen fällt raus mit zehn prozent auf der seite 37 ist das produktpaket defodil daydream fällt ebenfalls raus die stempel und die stanzformen werden aber in jahreskatalog gehen aber nicht mehr als produktpaket also die zehn prozent könnt ihr euch dann nicht mehr sichern auf der seite 38 findest du dann das produktpaket einfach mal abtauchen das wird es nicht mehr geben da stand es die stempel werden rausgehen mit zehn prozent die nennt sich einfach mal abtauchen und die stanzformen verlassen ebenfalls das sortiment mit zehn prozenten das nennt sich stanzformen im meer auf der seite 39 findest du das stempel set oceanfront das wird übernommen und geht in jahreskatalog auf der seite 40 findest du das produktpaket amazing silhouettes das geht raus und die das stempel set amazing silhouettes sowie die stanzformen danke für einen schatz die werden in den jahreskatalog übernommen auf der seite 41 findest du das produktpaket garden eden produktpaket fällt raus stempel set garden eden und die stanzformen eden werden übernommen und gehen in jahreskatalog dann verlässt uns auf der seite 43 das tolle produktpaket am horizont also das fand ich auch total toll grad wenn man das so kombiniert mit diesem stempel set hier vorne dieses oceanfront da habe ich ganz viele projekte bei youtube schon gesehen also fand ich ganz toll und die gehen leider aus dem sortiment da überlege ich noch ob ich mir das kaufen soll und das stempel set sowohl auch als auch die stanzformen horizont die gehen mit 10 prozent raus das baumwollband im kombi pack mit den farben abendblau und blütenrosa verlassen uns mit 30 prozent die lackakzente kieselsteine gehen ebenfalls raus ohne preisnachlass und das wunderschöne designerpapier neue horizonte verlässt das sortiment mit 30 prozent für 9 euro 80 ist es ja noch erhältlich also während des aktionszeitraums auf der seite 44 findest du dann das stempel set electric garden das bleibt und geht in jahreskatalog ebenso in den jahreskatalog wandert auf der seite 45 dass der hintergrund stempel timeless tiles und der hintergrund stempel gentle waves der geht raus mit 30 prozent rabatt auf der seite 46 ist dann das produktpaket schwalben flug zu sehen produktpaket fliegt raus stempel set ist um 30 prozent reduziert im französischen auch im englischen ist es sogar um 50 prozent reduziert und die stanzformen schwalben sind ebenfalls um 30 prozent reduziert auf der seite 47 findest du dann das stempel set am waldrand das geht in den jahreskatalog ebenfalls die stanzformen welchen gehen jahreskatalog und sogar das produktpaket am waldrand das bleibt uns erhalten also hier könnt ihr dann noch stempel set stanzformen auch nach nach auslauf dieses katalogs weiterhin erhalten und diese 10 prozent sparen dann geht es weiter auf der seite 49 da ist einmal das produktpaket stempelgrüße das bleibt uns erhalten zumindest habe ich da jetzt nichts aufgeschrieben ich hoffe ich habe da jetzt hat kein blödsinn gemacht ich gucke gerade mal genau das bleibt uns erhalten das geht in den jahreskatalog dann die selbstklebenden sex ecke diese schmucksteine die gehen raus mit 30 prozent dann die karten und umschläge schläge abstrakte schönheit gehen sogar raus mit 50 prozent also ist auch ein toller schnapper hier und auch die zierelemente mix abstrakte schönheit gehen raus mit 30 prozent das designer papier verlässt uns ebenfalls mit 30 prozent und das kostet dann 12 euro 60 genau und hier ist nochmal der stempel set stempelgrüße das bleibt uns erhalten ebenso die stanzformen dazu die nennen sich geometrisch abstrakt allerdings verlässt uns das produktpaket also die zehn prozent sparvorteil gibt es dann nicht mehr auf der seite 51 ist dann das glück stempel set glücksgrüße das verlässt uns mit einem preis nachlass von 30 prozent finde ich sehr schade weil weil ich finde die schrift sehr schön und da sind auch wirklich schöne stempel mit dabei ich kann es ja mal vorlesen da sind zum beispiel dabei wow ich bin ich bin echt gut geraten dass du mir wichtig bist ein hoch auf die liebe hallo schatz lieben dank herzlichen glückwunsch ich liebe dich alles liebe zum mamatag so ein glück alles liebe zum papatag toll sein ist einfach dein ding finde ich auch sehr schön das muss gefeiert werden wichtig ist hurra 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 und dass ich dich habe also fand ich auch ein sehr schönes set geht leider raus auf der seite 52 findest du das stempel set hoch breit und kreativ verlässt uns ebenfalls mit 10 prozent nachlass im französischen sogar mit 50 prozent also wenn du lieber die französischen stempel möchtest kannst du hier auch nochmal ordentlich sparen produktpaket hoch breit kreativ fällt raus ebenfalls die stanzform karten im hochformat die verlassen uns mit 50 prozenten kosten dann 35 euro 50 auf der seite 53 findest du das stempel set best delivery das geht raus mit 30 prozent nachlass auf der seite 54 da geht nur das produktpaket romantische ranunkeln raus stempel set romantische ranunkeln sowie die stanzform ranunkel die bleiben uns erhalten auf der seite 55 ist dann das stempel set für spaßvögel fand ich auch ein total witziges stempel set kann ich euch auch mal die stempel vorlesen da steht zum beispiel deine freundschaft ist so wertvoll dass ich ständig damit angebe ohne spaß im leben ist alles nichts danke dass ich mit dir auch über unsinnige sinnieren kann fand ich auch total klasse eben bist du noch jung und wild und im nächsten moment freust du dich über neue handtücher schönen geburtstag ich bin immer für dich da im ernst mich wirst du nicht los kannst du vergessen da schau an schon machst du sachen für erwachsene genau also diese stempel set verlässt uns mit 50 prozent kostet dann nur noch 11 euro 50 dann geht es weiter auf der seite neunfünfzig das ist jetzt die produkte 56 da ist das stempel set dieses one million dollar stempel set von der umsatz millionärin sam hammond das nennt sich schön verschnörkelt und das geht raus mit 50 prozent rabatt dann kostet es nur noch 13 euro 50 auf der seite 57 findest du das stempel set entspannte momente das bleibt uns erhalten dann geht es weiter auf der seite 59 das ist jetzt die produktreihe land und liebe da geht zum einen das produktpaket lansing raus also mit stempel set und stanzform das verlässt uns das produktpaket bienenliebe ebenfalls mit den zehn prozent verlässt uns die 3d brägeform bienenwabe bleibt uns erhalten das jeansband geht mit 30 prozent raus die klassischen runden akzente in mathe optik bleiben uns erhalten dann diese zierdeckchen land und liebe die sind ja auch sehr schön das sind 30 papierdeckchen mit drin also je zehn stück in drei farben verlassen uns mit 30 prozent ebenfalls verlässt uns das kartensortiment erinnerung und mehr land und liebe nennt sich das ebenfalls 50 prozent reduziert und kostet sechs euro dann die karten und umschläge erinnerungen und mehr land und liebe die sind um zehn prozent reduziert und das designer papier geht ebenfalls raus das nennt sich land und liebe und geht mit 30 prozent nachlass hier haben wir noch mal das stempel set also hier ist ja nur das produktpaket quasi rausgegangen und hier haben wir noch mal das stempel set und die stanzformen die werden übernommen und gehen jahreskatalog da habe ich euch blödsinn erzählt das produktpaket land sägen also dieses hier das bleibt uns erhalten genau da habe ich ja auch einen haken dran das bleibt uns erhalten sogar mit diesen zehn prozent nachlass dann auf der seite 61 ist das produktpaket bienenliebe das bleibt uns erhalten also da bekommt ihr weiterhin diese zehn prozent und auch die bienenliebe als stempel set und die stanzformen bienen und blumen im einzelnen könnte auch weiterhin kaufen auf der seite 62 ist dann das stempel set every chapter das geht raus mit 30 prozent und das stempel set more love ist im englischen um 50 prozent reduziert im deutschen ist es nicht reduziert und geht raus auf der seite 63 findest du dann das stempel set catch you later und das verlässt das sortiment mit 50 prozent die stanzformen diorama also das was ihr hier sehen könnt die bleiben weiterhin im jahreskatalog auf der seite 64 gibt es das produktpaket happy hedgehogs das fliegt raus allerdings die das stempel set happy hedgehogs bleibt uns erhalten ebenfalls diese element stanze eagle bleibt uns erhalten auf der seite 65 auf der seite 65 findest du das stempel set feierliche anlässe da ist auch alles mögliche dabei also alles liebe zum muttertag frohe ostern glückwunsch zur geburt frohen vatertag glück und segen zur konfirmation also das sind schön ruhestand da sind ganz viele anlässe darin auch ein sehr schönes stempel set das bleibt uns zum glück auch erhalten also auch ein sehr schönes stempel set auf der seite findest du dann auch noch die deko schablonen schmetterlinge und blumen zum kombinieren die gehen raus allerdings ohne rabattierung auf der seite 66 ist das produktpaket cactus cuties das geht raus ebenfalls der stempel set mit dem selben namen geht raus mit 30 prozent nachlass und die element stanze cactus geht mit 50 prozent raus und kostet dann nur noch 11 euro auf der seite 67 ist das stempel set lucky you das verschwindet für immer mit 30 prozent preis nachlass ebenso das spezialpapier das seht ihr hier das siehst du hier das geht mit 30 prozent draußen kostet 4 euro 20 jetzt kommen wir zur produktreihe für sportfans und zwar das produktpaket vom größten fan fliegt raus und stempel set ist reduziert mit 10 prozent im deutschen im französischen und englischen ist es reduziert also im französischen um 30 prozent und im englischen 50 prozent reduzierung die stanzformen dazu die sind um 30 prozent reduziert und kosten 23 euro 10 das ist mir am anfang gar nicht so aufgefallen diese stempel set erst jetzt wo ich schon katalog gegangen bin habe ich gesehen dass da ja so stanzformen dabei sind wo man so was abreißen kann also wieso so ein ticket da ist so wie so eine stanzlinie also das müsste so was sein wie man dass man das so abreißen kann fand ich doch ganz interessant mal gucken ob ich mir das noch hole dann gibt es noch die kordel für fans die geht raus mit 30 prozent die harz accessoires in sternform verlassen ebenfalls das sortiment mit 30 prozent und das designer papier für sportfans ist reduziert um 10 prozent auf der seite 70 findest du der stempel set leinen los das wird übernommen geht im jahreskatalog ebenso die element stanze segelboot die bleibt auch und das produktpaket leinen los wird auch übernommen das heißt du bekommst auch im jahreskatalog oder weiterhin diese 10 prozent sparvorteil auf der seite 71 findest du der stempel set wild romantisch das bleibt uns erhalten auf der seite 72 findest du das produktpaket hält in handschuhen also das ist ein produktpaket für alle handwerker oder gartenfreunde unter euch eher gartenfreunde und das stempel set hält in handschuhen verlässt uns mit 30 prozent rabatt im englischen ist es sogar um 50 prozent rabatt also um 50 prozent reduziert jetzt habe ich das wort und das kostet dann 13 euro 50 und die stanzform gartenarbeit sind ebenfalls um 50 prozent reduziert und kosten dann 17 euro auf der seite 73 findest du das stempel set brave wikings ist ein englisches stempel set und das ist dann um 50 prozent reduziert und verlässt für immer das sortiment jetzt kommt was für musikfreunde auf der seite 74 das nennt sich for the record das stempel set ist um 50 prozent reduziert kostet dann noch 13 euro 50 genau das war es auch schon jetzt das sind jetzt noch die produktpakete ja das sind mal hier so liegen dass es hier nicht ganz so leer ist das waren nun die auslaufartikel aus dem mini katalog aktionszeitraum ist der erste juni bis 30 juni und alle infos darüber findest du aber noch einmal auf meinem blog zum nachlesen genau was gibt es noch zu berichten genau momentan habe ich noch ein gewinnspiel am laufen schau mal hier am besten unter dem i nach da erkläre ich um was es geht und was du da gewinnen kannst und wenn du mich hier auf youtube abonniert hast kannst du beim gewinnspiel sehr gerne noch mitmachen und das gewinnspiel läuft noch bis zum ersten juni bis 12 uhr den newsletter werde ich ebenfalls heute oder morgen an meine kunden verschicken also wenn du meinen newsletter noch nicht abonniert hast aber gerne auf dem laufenden gehalten werden willst welche neuigkeiten es bei stamping abgibt kannst du dich gerne auf meinem blog anmelden ist natürlich kostenlos und du kannst dich auch jederzeit wieder abmelden also schreib mir einfach eine e mail und oder nutze das abmeldeformular und dann nehme ich dich natürlich aus der liste wieder raus der verkaufszeitraum für den neuen mini katalog und auch die celebration bei der es wieder gratis artikel ab einem warenwert von 60 euro gibt die beginn beide am ersten juli 2022 die celebration läuft dann bis zum 31 august 22 und der mini katalog gilt bis zum 4 januar 23 ich werde den katalog sowie die celebration broschüre an meine kunden also die in den letzten 365 tage über mich bestellt haben den katalog ungefähr mitte juni rausschicken genau und dann gibt es noch eine weitere aktion und zwar nennt die sich eins kaufen und das zweite mit 50 prozent preis nachlass bekommen da geht es um eine tolle aktion zur set produktlinie also du kaufst ein set und bekommst das zweite zum halben preis und die aktion läuft vom 1 juni bis 30 juni 2022 also die aktion gilt für alle kreativ sets aus der set produktlinie von stamping ab und das läuft so also über den offiziellen online shop von stamping ab suchst du dir zwei sets aus die findest du im übrigen im shop indem du oben links auf diese drei balgen klickst dann öffnet sich da ein menüfenster dort gehst du dann auf bestellen und dann auf set produktlinie und hier also dann die auswahl dir entweder die kartensets oder die bastelsets anzuschauen und auszuwählen und wenn du dir die zwei sets in den warenkorb gelegt hast wird der preis nachlass automatisch beim teuersten kreativ set im einkaufswagen angewendet genau also wie gesagt vom ersten bis 30 juni läuft diese aktion ich denke das ist eine tolle gelegenheit zum beispiel wenn man ein set verschenken möchte oder so genau oder wenn man generell diese sets liebt ist es auch ein tolle ist eine tolle aktion genau das war es jetzt heute von mir ich hoffe ich habe bis heute nichts mehr vergessen genau das war es jetzt wieder von mir ich wünsche euch eine gute zeit bleibt gesund und munter und bis zum nächsten mal ich sage tschüss bis bald eure mona und bis bald